Im heutigen Video gibt es einen richtig coolen Prank, Freunde. Und zwar werden wir einen Roblox-Team-Obi spielen gegen einen anderen YouTuber. Und der, der zuerst im Ziel ist, bekommt wie immer 1.000 Euro. Nur das Lustige ist, dass ich wieder heimlich pranken werde, um mir einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Und damit werde ich den YouTuber gleichzeitig richtig zum Ausrasten bringen. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall den Ding noch mal rum, da vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß. Oh mein Gott, Leute, wir müssen richtig leise machen. Aber schaut mal, ich bin einfach in einem Internat gefangen. Und da vorne, da ist unser Lehrer, der ist einfach eingeschlafen. Aber wir haben ein viel größeres Problem. Und zwar müssen wir zusammen mit Semmel ausbrechen, Junge. Bro, ich sag dir, wie es ist nach den letzten Male. Ich weiß nicht, ob ich dir helfe, hier rauszukommen. Bro, weißt du was? Du kannst doch ruhig hier drin bleiben und dann kriegst du gleich eins auf dem Hintern von Herr Müller. Herr Müller ist nämlich eingeschlafen. Wir wurden beide ins Internat geschickt, Leute, weil wir so viel Kacke gebaut haben in unserer Klasse. Jetzt sind wir einfach hier im Internat, Leute. Guckt euch das mal an. Das Lustige heute ist nämlich, dass das Ganze ein Team-Obby ist. Das heißt, Saville, wir müssen heute zusammenspielen, um hier rauszukommen. Hörst du? Ich bin heute nicht ganz dein Freund. Ich sag dir, wie es ist seit dem letzten Mal. Pass mal auf, Saville. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. Geh mal auf den Knopf, auf den roten, auf den orangenen da. Geh mal drauf da. Nein, geh du drauf. Nein, Saville, geh jetzt da drauf. Geh drauf da jetzt. Geh drauf. Du bist nicht drauf. Bin drauf. Wow, willst du mich eigentlich verarschen? Okay, pass mal. Ja, hier. Guck mal, jetzt kann ich durchlaufen. Schau. Ja, jetzt musst du den anderen Knopf machen, damit ich auch durchkomme. Du kannst herkommen, Bro. Du musst den Knopf drücken, Bro. Du musst doch drauf gehen. Was muss ich machen? Digga, Sam, es ist ein Team-Obby. Du kannst mich doch nicht hier trollen. Es macht gar keinen Sinn. Ich hab's nicht gehört, Bro. Wo muss ich drauf gehen? Auf den orangenen Knopf. Aber der ist doch bei dir, Bro. Bist du farbenblind? Ah, du meinst den bei mir. Ach so. Ja, ich mein den. Ich muss kurz überlegen, ob ich drauf gehe. Ja, warte. Lass mich durch, Bro. Wenn der aufwacht, ist GG. Wenn der aufwacht, ist GG. Leute, ich bin ganz kurz gerült. Das ist natürlich am Ausrasten. Aber, Leute, bevor ich hier drauf gehe, kaufen wir uns erst mal ganz kurz für 800 Robux hier alle Items, um Seven zu pranken. Natürlich. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir das einmal. Bam. Und passt mal auf. Okay, Leute, ihr seht, ich hab die ganzen Items gekauft. Was macht denn Seven da? Ähm, Seven, du weißt schon, dass du gleich eins auf dem Hintern bekommst, wenn du so weitermachst, ne? Ich muss doch... Digga, ich spring schon auf den drauf. Lass mich jetzt hier raus. Ja, okay, okay. Ich komm her. Komm her. Ich lass dich raus, okay? Danke. Was ist das für ein Hammer? Ich geh weiter. Nein. Ach, Digga, Mann. Bro, tu doch den Hammer weg, Mann. Tu doch den Hammer weg. Hey, du Fäcker! Du tust mich anzünden. Du tust mich anzünden. Komm her, Junge! Du tust mich anzünden, Digga. Hör auf damit, Digga. Du bekommst einfach Schaden, oder was? Hör auf. Ja, nee, ich bekomme keinen Schaden, Junge. Das ist ja Team-Obby und nicht ein Eins-gegen-eins-Obby. Guck mal, er trifft mich nicht mal so. Er dreht einfach die Runden. Junge, geh jetzt aus dem blauen Knopf. Geh du jetzt vor. Mir egal, du machst es jetzt. Junge, hör doch auf. Bro, er wacht gleich auf. Du weißt, dass wir komplett kaputt sind. Wir kommen danach nicht ins Internat. Wir müssen danach auf die Baumschule. Kommst du auf Schaden, Digga! Junge, ah! Okay, 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 okay. Ah, ich bin jetzt schütz, schütz, schütz. Ah, winzling! Du winzling, Digga! Lass mich jetzt rüber. Ich geh zuerst rüber. Mir kackegeil. Nein, geh zuerst rüber. Nein, ich mach sonst nicht mehr mit. Ganz einfach. Lass mich jetzt rüber. Lass mich rüber. Ich brauch eine Hilfe nicht, Bro. Ich bin nicht auf sich angewiesen, du Idiot. Und wie willst du den anderen Obby schaffen? Wie willst du es weiter schaffen? Beziehungsweise ins Ziel kommen? Wie soll das funktionieren? Ja, so. Boah, es ist immer das Gleiche. Ich sag dir, wie es ist, du träuschst die ganze Zeit. Ich dachte, ich spiele ein Team ab hier. Du kannst mich abziehen, Digga. Oh, Seville. Du brauchst doch nicht etwa meine Hilfe jetzt, oder? Doch. Wie bitte? Was brauchst du? Ich muss raus hier. Also brauchst du meine Hilfe. Ey, gar kein Problem. Guck mal, ich geh drauf. Guck mal. Korrekt. Ja, gar kein Problem, Junge. Korrekt. Ich hör auf. Bro, ich geh raus. Ah, Retalk reicht jetzt. Bro, Emda, du entschuldigst dich, oder ich geh raus auf Aufnahme. Ja, also. Ach so. Ich hab ganz vergessen zu sagen. Ah, du weißt doch, wie immer. Es geht um 1000 Euro. Stimmt, da war ja was. Also, wenn du gerne aufgibst, gib mir die 1000 Euro jetzt. Dann lass mich weiterkommen. Dann lass mich weiterkommen. Es reicht irgendwann mal. Ja. Bro, irgendwann mal ist Schluss. Ich sag dir, wie es ist, Bro. Ist doch okay. Warte mal. Du hast weggemacht. Du hast weggemacht. Ich hab nicht weggemacht. Bist du gerade die Lücke durchgefallen? Du bist so schnitt. Hast du. Nein, ich bin gemuted. Seven ist richtig am Ausrasten. Es funktioniert richtig, richtig gut. Ich würde sagen, wir machen weiter. Kommt schon. Du gehst jetzt nächsten Level. Du darfst nicht. Du gehst nächsten Level. Ich geh vor. Okay. So, und dann. Bro, bitte hör doch auf. Bitte hör doch auf. Lass mal einmal ein normales Video aufnehmen. Ah, du bist ja wieder dahin gespawnt. Ups, ich tue mir richtig leid, Bro. Lass uns einmal ein normales Video aufnehmen. Ja. Bisschen Spaß, verstehe ich ja, für die Leute hier. Ein paar Mal pranken. Bro, aber du übertreibst. Real Talk. Mach jetzt. Geh auf den Knopf. Geh jetzt auf den Knopf, sonst gehe ich nicht weiter. Auf den Knopf soll ich gehen? Ja. Bleib da bitte drauf. Okay, Bro. Ich gehe ja schon drauf. Ja, komm. Letzte Mal. Ja, ich mach ernst. Du kannst doch laufen, Bro. Ist doch okay. Einmal korrekt zu mir. So. Okay, jetzt musst du da drauf. Aber du bist auch korrekt, Bro, oder? Ich bin korrekt. Ich bin korrekt. Ja? Ja, ich bin nicht wie du. Du kannst rüber. Guck. Guck. Und du hast wieder irgendeine blöde Feder benutzt. Du kannst nicht. Nein, nein. Hab ich nicht. Hecker. Ich bin jetzt seltsert. Ich kann mich nicht bewegen. Hör auf, Bro. Wenn der aufwacht, sind wir down. Wir sind komplett tot, wenn der aufwacht. Ey, wir müssen hier zusammenarbeiten. Das ist ein Obby, den wir zusammen absolvieren müssen. Komm. Ich. Du schläfst ja aber gerade, Bro. Da kann ich ja auch nichts machen. Ich petz jetzt Sekretariat. Ich gehe ins Sekretariat. Ja, geht doch, Sekretariat, du Idiot. Leute, ich bin gemuted. Jetzt einfach richtig am Ausrasten. Ich gehe nochmal in den Job rein. Weil schaut mal, Leute. Ich kaufe mir jetzt noch so eine Wolke. Damit kann ich nämlich auch rumfliegen die ganze Zeit. Die kostet 400 Robux. Ich würde sagen, wir kaufen das einfach nochmal. Bam. Haben wir gekauft. Sehr gut. Ich ermüte mich jetzt ganz kurz. Ähm, Seville. Ja. Ah, guck mal. Machst du einmal das Grün bitte für mich auf? Nein, nein. Du machst das nächste. Du machst das jetzt. Mach du das Grüne für mich auf. Ich soll das Grün aufmachen? Ja, mach du das Grüne bitte für mich auf. Okay. Ich stehe aufs Grüne. Man kann nicht durch. Dann können wir ins nächste Level auch reingehen. Hm, ja. Hä? Wer? Wie bist du zum Teufel da durchgekommen? Seville, du brauchst doch jetzt nicht einfach meine Hilfe. Ups, das ist ja doof. Ui. Brauchst du immer meine Hilfe auf einmal, oder was? Ne, ich brauche meine eigene Hilfe. Natürlich brauche ich deine Hilfe. Digga, hör auf, hör auf. Du kannst nicht durch die... Ach, Digga, du triffst dich doch nicht durch Glas. Guck mal, er trifft nicht mal. Du kannst gerne rüberkommen, wenn du willst, bro. Auf der anderen Seite, ja? Dann komm zurück und steh aufs Grüne. Ne, du musst... Bruder, du musst nicht hier lang. Du musst anders. Du musst außen rum, bro. So, also. Bro, korrekt für die Aufnahme. Ich bin jetzt Reetog raus. Stell dich aufs Grüne und ich bin raus. Ey, wo hier ist kein Grün? Du hier ist kein Gründer Knopf, Digga. Was laberst du? Geht's aufs Grüne, Lumex. Bruder, du musst außen rum. Ich... Bro. Ich hab nicht ewig Zeit, du kleiner Racker, Junge. Ich stell dich jetzt aufs Grüne und ich bin frei. Es gibt keinen Grün-Knopf. Es gibt nur Lila und Blau. Du musst außen rum, du Idiot. Hä? Ja. Hä, aber für was? Ah, warte, ups. Ich bin auf den runtergegangen. Tut mir leid. Ich sag, das ist deine Eltern. Ich sag, das ist deine Mama und dein Papa, was du hier absolvierst. Ja, ruhig doch, Bro. Nein, Digga, reicht doch. Wir brechen jetzt aus dem Internat aus, okay, Bro? Der zuerst draußen ist, bekommt wieder 1.000 Euro, ne? So, guck mal. Ja, du hast Hacks. Warte mal. Darf ich mir auch was kaufen? Warum darfst du Pistole und so haben und ich nicht? Bro, also du kannst dir gerne kaufen. Kostet aber nur so irgendwie 800 Robach, wenn du so viel Geld hast. Ich guck jetzt, ich guck jetzt. Kann ich machen, kann ich machen. Benimm dich lieber, sonst gibst du eins auf den Kopf, Junge. Nö, ich kauf mir jetzt was. Leute, ich kauf mir jetzt was. So wie er es macht, mach ich jetzt auch. Hast Glück, dass bei mir steht, es ist ein Problem aufgetreten. Ups, könnte daran liegen, dass es mein Server ist. So, lass mich jetzt bitte durch. Ja, geh, ich helf dir. Komm, geh. Du bist so eklig, du bist runtergegangen, du Ekliger. Ja, also ich spreche dann mal alleine aus. Du kannst ruhig auf den Lehrer warten hier, ne? Wir sehen uns dann später wieder. Komm jetzt bitte zurück. Komm jetzt bitte zurück. Nö, ich fliege jetzt hier durch, ja? Die sind auf der anderen Seite dann irgendwann wieder, ne? Ich bin ausgerutscht. Ah, brauchst du aber doch mal eine Hilfe? Ja. Oh, das ist ja echt schade. Korrekt von dir, Digger. Danke dir. So, aber du bleibst jetzt auch wirklich da stehen, weil ansonsten... Guck mal. Bro! Ich bin abgerutscht, Bro. Ich bin abgerutscht, Bro. Du bist der... Du bist gar kein... Nee, du bist nicht mehr mein Freund. Nach dem Video machst du das. Bro, geh doch jetzt rüber und red nicht so viel. Bleib... Ich geh nicht drauf. Ich bleib hier. Bist du... Nein, nein, Bro. Ich bin ausgerutscht, Bro. Ich schwöre. Gib mir jetzt den Euro und ich kauf mir was für... Ja, mach doch. Mie, 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 mie. Gib mir jetzt den Euro und ich kauf mir was für Robux. Aber du kannst rübersten, Bro. Das ist mal korrekt von dir. Guck mal, Ehre. Damit musst du auch drauf gehen. Ich muss drauf gehen. Ja, geh drauf. Komm. Junge. Ja, doch, das ist auch nett. Du kannst mich hier reinlegen. Hä? Das hast du ganz nicht verarschen. Junge. Wie hast denn das gemacht? Ja, komm. Hier brauchst du mich jetzt. Wie willst du jetzt hier drauf? Wie ich da hochkommen will? So hier. Ja, helf mir Wie bitte? Helf mir Ja, gerne helf ich dir Komm, kletter hoch Du musst hochklettern, die Leute Okay, ich hab's geschafft Wo bist du denn, der Idiot? Guck mal Du hast einmal die Stage geskippt, warte mal Wer ist jetzt vorne? Ich oder du, Lumix? Wer ist jetzt vorne? Ich oder du? Was? Na und? Na und? Ich spawn da jetzt Juckt mich doch nicht Juckt mich doch nicht Komm, ich helfe dir, komm rüber Wie willst du jetzt hier rüberkommen? Komm Digga, ey Du kannst gar nichts aus Soll ich die ganze Zeit töten, ne? Ah, Savi, kannst du mir bitte rüberhelfen? Du musst auf grün, bitte, bitte Ja, komm, ich helfe dir, komm Komm rüber Hilfst du mir? Ja, guck mal Man kann auch hier so draufspringen und so Ach so Oh, wolltest du mich runterschmeißen? Oh, das ist ja doof Der Knopf ist ein bisschen schief Komm her, Junge Ich brenne dich nieder, Junge Der Knopf ist ein bisschen schief Deswegen, Digga, hör auf, bitte Ja, okay, besser ist das Digga Besser ist das Ja, dieser Lehrer wacht gleich auf Ohne Spaß Ich hab den grad schon wieder schnarchen gehört Von hier hinten Der hat grad dicke Probleme beim Schlafen Guck mal, komm, geh rüber Ja, aber mach nix Ja, geh doch rüber jetzt, komm Guck mal, ich bin nett zu dir Guck mal, ich bin nett, Bro Schau mal hier Danke, Digga Siehst du wie nett, ich bin Bro Guck mal, lass uns doch so Ich wollt grad sagen Ich bin abgerutscht Also Ich wollt grad sagen Guck mal, lass uns doch so aufnehmen Wir helfen uns gegenseitig Wie Freunde es halt tun Ja, machen wir doch jetzt Let's go Guck, so müssen wir aufnehmen, Bro Nice Guck mal, Ehrenmann Guck mal, kann direkt vielleicht hier drauf springen Guck mal, zack Guck mal, jetzt musst du mir helfen, genau Auf was, blau oder auf was muss ich? Auf Lila musst du Achso, auf Lila Ja, genau Okay, ich bin ganz kurz gemutet, Freunde Ich würd sagen, wir testen jetzt mal Ob es immer wirklich korrekt ist Oder ob er uns auch pranken will Äh, ich lauf jetzt rüber, ja? Bro, ich bleib Ich bleib Real Talk hier stehen Weil du auch auf korrekten gemacht hast Okay, okay, okay Okay Ah, jetzt auf blau Guck mal, wie korrekt ich bin Ja Ja, du, das ist Oh, mein Wasser, Digga Mein Wasser Bro, mein Wasser ist umgekippt Auf dem Schreibtisch 31er Wolltest, dass ich runterfliege Nein, Real Talk nicht Mein Wasser ist ausgelaufen Und ich musste schnell weg Du bist so eklig Da fliegst du ja schon wieder Dass du dich nicht schimpfst, Junge Hey, hey Guck mal, du triffst nicht mal Du kannst einfach gar nichts, kannst du? So Nein, okay, okay, okay Ich nehme alles wieder zurück Ich nehme alles wieder zurück Komm, wir helfen uns wieder Wir sind pille, patze, Freunde Komm, wir sind Freunde Komm, wir sind Freunde Ah Ich bin eine Freunde Hallo, hallo Hallo, hallo Geh durch Ja Kurze Frage Hm Wie kommst du hier jetzt weiter ohne meine Hilfe? Ähm Außer, außer du skippst natürlich Die Stage Aber sonst geht das doch gar nicht Sonst kannst du nicht weiterkommen Ähm Wie willst du hier jetzt weiterkommen? Zeig mal Wie willst du hier raus? So hier, glaube ich Ja Du bist einfach die Stage geskippt, ne? Brauchst du etwa meine Hilfe auf einmal? Oder was ist da los, hä? So, blau Danke dir Rot, bitte Wie, grün? Ja Rot, rot Ach, rot Ja, rot kann ich auch machen, bro Gar kein Problem R-O-T Und jetzt grün G-R-Ü-N Blau? Ja, blau Geh mal auf blau Passiert aber nichts Siehst du ja, du dumm Batz Müsst du ja selber checken Ah, grün, okay, okay Okay, super Und jetzt einmal orange Orange, 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 orange Also, Seppi Ich paul jetzt eine Hilfe hier Ah, oh, da war noch was Upsi, tut mir leid, bro Ich hab das gar nicht gesehen Was ist jetzt hier? Ja, ja, tut mir leid Kannst du dir sonst wo hinschieben So, oh, okay Also, ich würde sagen Ja? Mi, mi, mi? Hallo, hallo, hallo Komm, ich helf dir auf, Kurek Ich bin korrekt Komm, geh Let's go Rot Nice Stark Rot Guck mal, wie korrekt ich bin Guck mal Wenn du korrekt bist, bin ich auch korrekt, bro Ja, mach auf Ehre, Digga Grün Mach ich Guck Warum können wir nicht so aufnehmen, Digga? Machen wir doch jetzt, bro Du bist Wenn du korrekt bist, bin ich auch korrekt, bro Viel besser Okay, achso Ich geh wieder weiter Okay, dann mach ich wieder Jetzt nochmal Rot, bitte Guck mal, Leute Warte, warte, warte Okay, sorry Ja, okay Korrekt Guck mal, wie geil das sein kann so Der macht doch viel mehr Spaß Ja, Digga Ist voll geil so, bro Komm Rot Nice Grün, komm Nice Easy, guck Wolltest du gerade, dass ich reinfliebe, bro? Hey, du Dummkopf, nein Das war ein bisschen eng, aber gerade Du wolltest doch nicht einfach, dass ich reinfliebe Nein, nein Das ist noch ein bisschen Cooldown von dem Ding So kannst du auch trotzdem springen Okay Okay, komm Ah, jetzt muss ich auf blau Warte mal, was kommt danach? Ich guck mal nur kurz, was danach kommt Seve Mach auf Nein Ja, ich mach gleich auf Ich will nur gucken, was danach kommt Mach auf Okay, bro Okay, bro Ähm Ich komm Ich komm Bro, ich sag dir, wie es ist Danach sind wir komplett schaun Komm Auf korrekt Komm rein Ähm Bro, meine Tastatur geht hin und zurück Schnell Beeil dich Schnell, Lumix Moment, warte Ich back gerade ein bisschen, bro Ich hab so einen Bug, der mich die ganze Ja Hä Bist du größer geworden? Achso Ja, ich hab Nö, weiß nicht Ich bin einfach noch klein Hä, bist du in der Pubertät jetzt, oder was? Ja, nee, bro Ich weiß nicht Ich bin ein bisschen groß geworden gerade Ich weiß nicht, warum das ist, bro Bro, du bist einfach in der Pubertät reingekommen Äh Ja, kann sein Hast du auch Stimmbruch? Ich brech jetzt aus, bro Die 1.000 Euro gehören mir, wollte ich nur sagen, ne? Wo brichst du aus? Leere ist da, bro Leere ist da Nein Ich hab's doch gesagt Der kommt da Wo ist der? Mein Hammerbot Mein Hammerbot Mein Hammerbot Wir brauchen Schlüssel, bro Nein, der Leere Bro, wir brauchen Schlüssel Wir brauchen Schlüssel Wir brauchen Schlüssel bei dich Ja, ich komm, bro Ich hab ihn Wo ist der? Hier ist Schlüssel, ich hab ihn Ich hab Schlüssel, bro Ich hab Schlüssel Bro, komm Mach schnell auf, bitte, bitte, bitte Er ist hinter mir, bro Er ist aufgewacht Ich mach doch schon, bro Ich mach doch schon Schnell Komm, komm, schnell Digga, warum bist du so groß auf einmal? Oh, ich hab voll vergessen Ich brauch den Schlüssel ja auch, Leute Also, wenn ich jetzt böse wäre Würde ich schon mal loslaufen Für die 1.000 Euro Kannst du nicht Du brauchst mich Du brauchst mich Ah, stimmt Du kannst ohne mich gar nicht durch Geht gar nicht Ich brauch ja deine Hilfe Bro, ich hab das voll vergessen, Digga Du bist so toll, bro Ähm, Seven Du bist so toll Ich lauf da mal weiter mit die 1.000 Euro holen, ja? Ich lauf Guck mal, ich kann ja auch Ja, du kannst gar nichts Warum klappt das? Aber warum klappt das nicht? Bro, das ist Teamarbeit Man muss da sich gegenseitig helfen Ja, helf mir bitte, komm Ich zeig dir, wie das funktioniert, okay? Ja, komm Zeig her Wo bist du denn? Wo bin ich denn? Wo bist du? Äh, ich glaub ich bin Ich hab's ohne deine Hilfe geschafft Ich hab's ohne deine Hilfe hierher geschafft So Oh, wie hast du das denn gemacht? Ja, ähm, gut Bring in uns Skill Ja, okay Na mal auf, bitte Wie bitte? Machen Sie bitte die Türe auf Achso, brauchst du meine Hilfe doch anscheinend jetzt, oder wie? Ja, aber die Tür muss halt aufgemacht Du siehst echt schön aus, Bro Siehst echt schön aus, Bro Hä, du bist einfach wieder kleiner geworden Guck mal, ich bin größer als du Ja, aber siehst sehr schön aus, Bro Ja Ist mir egal, ob ich schön aus Mach jetzt auf hier Okay, jo Danke dir Ähm Mach auf Achso, du brauchst meine Hilfe Sag das doch gleich, Säbbel Digga, noch einmal das Wort Hilfe Geh jetzt drauf Noch einmal das Wort Hilfe und ich raste aus Geh drauf jetzt Noch einmal Und Real Talk Egal was du machst Ich, ich geh aus der Aufnahme jetzt Real Talk, Leute Ich geh raus Schau mal, hier steht Nein, nein Bro, beruhig dich Wir müssen doch zusammenarbeiten Letzte Mal Guck mal, Säbbel Um 1000 Euro hier steht Jump on a player's head Man muss quasi immer auf den Genau, auf den Kopf springen Ich bin doch nicht blöd Ich muss auf jetzt rot auf Ja Auf rot musst du Genau Guck Ja, siehst du Let's go Jetzt musst du auf grün Guck mal Oh, warte, ich muss kurz Ich muss dir Pipi machen Ups, tut mir leid Ja, jetzt war mit meiner Chill doch kurz Lass mich kurz Pipi machen Okay, nice Weiter geht's Let's go Und ich bin drüben Warte, ich muss kurz Hände waschen Nach dem Pipi gehen Ist ja ganz wichtig, Leute So, Hände gewaschen Okay, du kannst rüber Kann ich Steck die Waffe weg Ah, ups Steck die Waffe weg Steck die Waffe weg Du bist ein bisschen klein, Bro Was ist denn da passiert? Steck deine Waffe weg Mein Freund Ja, okay Ich komm doch schon Und ich bin wieder groß Hör auf zu fliegen, Mann Ne, das war Äh, ich bin nicht geflogen Ich bin rübergepackt, Bro Ja, ja, rübergepackt Es gibt auch so viele Bugs hier Und Glitches, ne Mega, komm hoch jetzt Ja Bin ich Dachtest auch Du kannst mich hier hängen lassen, ne Nein Ich, ich hasse niemanden hängen Ich hab dir geholfen Ah, deswegen Du bist schon hier Ja, ich helf dir mal, Servi Korrekt Orange Nice Ah, ups Okay Nein, ich bin raus Also Ciao, Leute Haut rein Bis dann Und Ciao, ciao Ich mach nichts mehr Dann krieg ich jetzt 1.000 Euro von dir Dann krieg ich 1.000 Euro Nein Ja, dann musst du weitermachen 1.000 Euro Ich mach nichts mehr Ich mach Entweder du lässt mich jetzt Das ganze Die letzten Die nächsten drei Level Durch Oder ich geh raus Ja, okay Ohne Ohne verarschen Okay, okay Ohne verarschen Ja, okay Ohne verarschen Okay, okay So Blau Korrekt, Bro Jetzt musst du rüber Aber auch ohne verarschen jetzt Ja Nein Nein, nein Ich heiße nicht Lumex So, zack Blau Digga, aber du bist dumm Du bist doch dumm Nein, du bist dumm Du bist dumm Du bist richtig gesprungen Was laberst du? Ich bin perfekt aufs andere drauf Du bist viel zu zeitig Was laberst du? Nein, guckst du mir jetzt Das war richtig, Bro Du kleiner, ekelhafter Hab ich nicht gemacht Ich bin richtig drauf gegangen Guck mal Hör auf Ich hab's dir gesagt Ich mein das ernst Ich bin raus danach Ich bin raus, Bro Okay, 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 okay Nein, wirklich Ich bin raus Okay, okay Du kannst einen anderen Aufnahmepartner suchen Okay, okay Wirklich, mir egal Blau So Er ist aus dem Discord raus, Leute Er ist aus dem Discord raus Ah, Semmel Ah, also Bevor du gehst Nach 1000 Euro Rett ich bitte ja Oder Oder würdest du zufälligerweise Doch rausbrechen Lass mich raus Sonst lief ich nochmal Hier das Telefonat Ich lass doch schon Ich bin wirklich Diesmal abgerutscht, Bro Wirklich Ich rutsch auch immer aus Auf Bananen Komm Ja Ich rutsch immer aus Ja, das ist auch geil, Bro Ich seh das schon Ja, ich darf jetzt rüber Lass mich diesmal übergehen, okay Nein, ich will Nein, ich will ganz rüber Du Nein Guck mal, wie schlecht Also Real Talk Du hackst und bist noch kacke, Alter Was hast du wieder in der Hand Ja, natürlich Er ist Jesus Und kann schweben Kann über Wasser laufen Alles Er ist Jesus Ähm, Semmel Hallo Ich muss rein Ja, aus rein, ja Ich muss rein Du kommst ohne mich nicht raus Ich komm ohne dich nicht raus Nein, jetzt lass mich bitte weiter Ich komm ohne dich ja gar nicht raus Nö Alter Schwede, Bro Nö Guck, guck Nehmen wir jetzt die Damen auf Oder nimmst du alleine auf Was geht ab, Mann Hallo Hallo der unten Hallo der unten Wie so eine behinderte Fliege fliegt der Ja, okay, komm doch Ja Orange, bitte Wir haben es jetzt eh geschafft Blau Oder ist es gleich durch Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Ja, wir müssen jetzt hoch Guck hier, du musst erstmal auf blau drauf Oh, hier, guck mal Hier ist so ein Jumppad, lol Wir halten jetzt auf orange Korrekt Lass dich hoch Nein Ah, oh, oh, oh Tut mir leid, wir müssen nochmal vor vormachen, Bro Mach jetzt Damit ich wieder Bro, lass mich hochkommen Weil dann Dann haben wir es geschafft fast, glaube ich Orange Ja, ja, ja Wenn ich jetzt runterfalle, bitte nicht runterfallen Bitte Okay, okay Okay Bleib drauf, ich will keinen ausrutschen Ah, ich bin aus Ich bin aus Ich bin aus Ich bin aus Abgerutscht Oh, Max, bitte Ich hab keinen Bock mehr Ja, okay Ich hab so keinen Bock mehr Weil du mich die ganze Zeit verarscht, Mann Okay Du spielst nie richtig Nie Guck mal, jetzt musst du mir helfen, Bro Ja, was brauchst du für Farben? Blau Blau Ja Hier ist ja blau So, komm her Du musst auch drauf gehen, Bro Bin ich doch Du bist nicht drauf Wir hoffen zu labern Ich bin auf blau Ja, sehe ich nicht auf blau Bist du Die Kleine und Dreißiger, Junge Ich bin farbenblind Blau und orange Ey, okay, okay Blau und orange Die vertausche ich manchmal Das ist Farbenblindheit, die ich hab Komm, wir machen weiter schnell Wir müssen doch schnell durch jetzt hier Komm Du musst mir jetzt helfen, hier hochzukommen Warte, ich geh aufs Blau Jetzt auf rot Guck mal, rot Jetzt auf rot Da hab ich auch ne bisschen rot-orange Schwäche Rot Rot, bin drauf Rot Achso, sorry Jetzt Orange Rot Rot, du dumm Batz Warum vergeht das nicht? Achso, ist orange Und danach kommt, äh, Pink Oder? Rosa, Pink Wie nennst du die Farbe? Pink? Das sieht schön aus, Bro Ich glaub Ich glaub es nicht Wie hast du das denn jetzt gemacht? Hast du dich teleportiert? Ähm, Sam, wir kommen jetzt Schild Exit Siehst du das? Bro, real talk Sam, wenn ich da jetzt raus Wenn ich da jetzt rausgehe Bekomme ich 1000 Euro von dir, ne? Du hast gehackt, bitte Lass mich zuerst raus 1000 Euro bekomme ich von dir Wenn ich jetzt da rausgehe Lass doch mal die Leute entscheiden Ob 1000 Euro Komm durch Aber ist das wirklich der Exit jetzt hier? Komm, geh drauf Komm, geh drauf Komm, geh drauf Ah, Fight Fight, Fight, Bro Bro Leute, es ist wirklich der Ausgang Da ist unser Lehrer vom Internat In einer riesen, riesen Megaspinne Okay, Sam, wir kommen Jetzt müssen wir einmal zusammenhalten Einmal zusammenhalten Es ist eine Roboter-Spinne Einmal zusammenhalten Komm schon, Seven Einmal Hau rauf, hau rauf Ey, du hast noch bestimmt Krassere Waffen als ich Hau drauf Ich hab sie getötet Ich hab sie getötet Ich hab sie getötet Ich hab sie getötet Ah, Windows Ja Ja, ich war zuerst Ich war zuerst Nein Ich war zuerst Nein, 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 nein Ihr habt es alle gesehen, Leute Dass ich eher war Ich war eine Sekunde eher als du Ich war eine Sekunde eher als du Nein Erst wenn die Leute reinschreiben Nein, ist es nicht, Digga Ihr schreibt alle in die Kommentare jetzt Dass ich gewonnen hab Ihr schreibt es alle rein Nein, Leute Seid ehrlich zu euch Seid ehrlich zu euch Bruder, du bist so ein Du laberst so ein Müll Leute, schreibt es in die Kommentare rein In der nächsten Folge bekomme ich 1000 Euro von dir Wenn euch das gefallen hat Lasst ein Like und ein Abo da Checkt selber ab Und checkt noch unbedingt eins Dieser beiden Videos hier ab Die sind auch sehr, sehr nice Ihr müsst da drauf drücken Also du zahlst euch Seid mit zum Beispiel Wir sind auch nicht mit raus Tschau Schau